Herzlich Willkommen zu Mount Your Fans, die Lisa ist mal wieder mit dabei. Hi. Ich wette, ich komme doch schon wieder überhaupt nicht mehr rein. Ich krieg's auch nicht mehr geschissen. Ich habe jetzt die letzten zwei Abenden immer mal so eine Runde... ...gespielt, aber... Spielst du das jetzt eigentlich mit dem Controller, oder? Der Controller funktioniert nicht, nimmt der nicht. Wunderschön, weil du raussehst, ist der Hammer. Ja, meine Sachen sind irgendwie komischerweise alle gelöscht und ich hatte so viele... ...und den Penis aus meinem Gesicht. Warte, warte, ich krieg's noch mehr nicht was. Das ist schlechtes Penis-Controlling. Das ist schon Penis-Controlling vor allem. Ja, Penis-Controlling weg jetzt nicht. Junge! Was machst du da? Du musst A loslassen! Hab ich doch. So, warte. Klar, wer möchte nicht gerne Penis auf dem Kopf haben? Und guck mal! Oh, tut das nicht weh! Nö, geht. Du musst ja nur Mund aufmachen! Ja, komm! Wuh, 360er, wuh! Ja, pack mir erst mal ne Hand, ist okay. Oh! 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 Ich bin schwarz! Oh, du hast ne Banane! Ja, Mann! Ich hab sowas von ne Banane! Ach komm, wie flinkt das hier hochgeht! Ist ja der Hammer! Ja, mit dem Affen ist das ja wohl logisch. Reicht mal! Ah! Ah, Mann! Aber der Mulliger, sein Typ war auch cool, der so kunterbunt ist! Ne, da kriegt man ja ein Epi-Lepi bei! Ja, das war mein König. Oh, ich hab noch meinen Fisch. Jetzt kann man schon gleich mal fischern. Mal schauen. Wie? Meine B-Taste geht nicht, ach jetzt. Auf jeden Fall kann man sehr viel an den Charakteren nennen, das ist sehr schön. Und den Kopfbedenken, wenn wir sehen... Ja, so sieht auch so, wie der Körper aussieht. Butterhose, Bikini, Oberteile, Franzose und sowas kann das einstellen. Ja, das mach ich nachher erstmal wieder. Und natürlich kann man auch Wind dazu fügen oder Hindernisse und sowas. Wir haben Hindernisse, die sind links und rechts von uns. Aber da sind wir schon drüber. Oh, Pädobär. Pädobär mit Titten. Nein, der trägt nur Bikini-Oberteil. Der hat keine Tenten. Hallo? Dein Penis? Nee. Nee. Oh, nee. Äh. Was war hast du geplant? Au. Ja, Hauptsache du fällst mir an die Spitze. Oh. Ja, aber deine Spitze ist doch nicht so schlimm. Oh. Oh, ja. Jetzt bekomme ich meine Skills wieder her. Oh, schon wieder da. Ich will Fischi haben. Nee, der Fischi ist auch cool. Nee, warte. So. Oh mein Gott. Nee. Warte. Oh Gott. Oh. 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 Ohohohoho. Nein. Ohohohoho. Ja. Wie gesagt, so was kann ich nicht hören. Ich glaube, ich komme wieder rein in das Spiel. Och, maaan. Ach so, und die Typen haben meistens auch immer ganz tolle Damen. Ja, das ist doof, dass man das irgendwie nicht ändern kann. Das sollten sie noch irgendwie... Ja, würden einfach alle Kevin heißen. Das war gemein. Nein. Damit ihr Richter nur immer länger. Oh, ja. Ui. Oh, oh. Wir haben ja voll viel Zeit. Ja. Ich wusste jetzt nicht, ob du noch drin bist oder nicht. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Ja, so lange ist es auch. Man zieht sich da mal gut. Ich schätze. Aber geh auf die andere Seite. Ich mach da meine Affenkolonie auf. Ja, warte. Ja, halt dich an der Banate fest. Ist ok. Ja, geht grad nicht anders. Oh. Du hast das noch nicht so mit der Koordination, ne? Ja, wann hab ich das das letzte Mal gespielt, ja? Jetzt schwing nach oben! Ach, Alex. Nein, mach ich nix. Äh, 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 so. Ne, warte, da muss ich schon mal den Schwanz nehmen, ja. Ja. Halt dich an meinem Arm fest! Nicht in der Axte! Sag mal! Jetzt wird mir langsam zu intim mit dir, ja? Sorry. Er spreint am besten noch deine Beine, so viel. Ui, ui! Na, oh ne, kann man immer noch nicht verschieben. Iii, deine Brustbehaarung ist sehr interessant. Männlich! Interessant. Also, ich finde Brustbehaarung ja nicht so schön. Ja, ich brauchte aber einen männlichen dazwischen, weißt du? Oh, ups, falsche Taste. Aber jetzt musst du eigentlich mal Fischi drücken. Ich glaub, man kann sich auch bis zu acht Charaktere machen, oder? Man kann sich sogar noch mehr... oh. Ja, ich wusste es jetzt nicht. Ich glaub, es sind acht. Und ich hab glaub ich nur fünf oder sechs eingestellt. Oh, oh. Nein. Fang da noch mal von vorne an. Ja, die, mit den Affen lässt sich gut klettern, was? Lass mal D los. Nein. Genau. Nein. Boah, ich dachte, du hältst die am Propeller fast. Och, Manu! Von der linken Seite kann ich irgendwie nicht so gut. Ja, du machst das immer mit rechts, ne? Oh. Oh. Oh, das schreibt mir Marvin erstmal, Hurra! Ich bin im Film! Halt die Fresse! Das ist okay! Ey, ich möchte mal sehen, dass du im echten Leben auch so gelenkig bist! Das ist so unreal! Warte, ich halte mich mal kurz da fest! Oh, das sieht cool aus! So musst du... Nein! Oh, nee! Oh, ih! So, ne? So sieht's voll gut aus! Sieht aus wie so'n Affe! So, ein Pirat! Oh, oh! Ei! Aber ist ja jetzt die rechte Seite! Das kriegst du doch hin! Ja, eigentlich... schon! Warte, geht gleich los! Warte, ich muss erst mal so... Das Bein nach oben! Das auch! Oh! Da blockiert mich dann auch so, okay! Komm schon, komm schon! Danke! Ja! Ja! Dann komm! Ich will jetzt noch einmal Fischi haben! Oh! Das kam! Er macht noch 2 und dann reicht es auch schon. Ich habe nur Angst zu verlieren. Ja ne, sonst wird die Folge so lange pushen. Wir haben jetzt schon 10 Minuten, von daher. Oh, dein Arm! Ah? Oh, volles Gesicht gepascht. Oh Gott, guck mal. Fassi an, lass. Oh! Oh Gott! Du solltest lieber jetzt in Space drücken. Nein. Weil dein Glück fällst du noch runter. Ich muss mich nochmal richtig an der P-Domitze festhalten. So, jetzt fassi an, lass. Du bist bescheuert. Ups. Oho. 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 Was mache ich? Ja. Es macht's ausge 때�ief. Oho. 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 Oho, oho. 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 Okay, ich weite jetzt noch einmal ab, ob Fischi kommt oder ansonsten dann halt nicht. Oh, hey! Schön elegant auf S-Packen balanciert. Ja. Sah schon gut aus. Wunderschön! Oh, wie kann man so viel Glück haben. Wie das Gesicht einfach in der Wette uns angrinzen ist, sag mal. Was machst du jetzt da? Ich versuche nach oben zu kommen, aber irgendwas blockiert mich, aber okay. Ja, vielleicht die Banane. Er schwebt. Ich muss jetzt zum Schluss nochmal Fischi. Ja! Das ist nicht die Möglichkeit! Ja! Darf ich vorstellen, das ist Fischi. Der ist so eklig. Hey, der ist voll geil, ja. Der hat nicht nur... Oh, warte. Ah, sorry. Dein Bein ist ein bisschen... Äh... Äh, äh... Ja, genau! Jetzt kommt die Koordination hier, das ist gar nicht so einfach. Hm! Der Fischi steht auf. Und da, und... Ah, äh... Ah! Äh! Äh! So. Junge! Genau! Alter! Fischi ist nicht so gelenkig, merke ich gerade. Ah! Oh! Gott, oh Gott! Fischi hat's versaut! Guck mal, Fischi dreht sich! Ja, man muss ja auch sehen, wie das Spiel zu Ende geht, weißt du, deshalb. Ach so. Ja. Dieser hat gewonnen. Ja, wie immer. Man sieht nochmal den schönen Stapel, den wir gebaut haben. Mit dem schönen Gesicht in der Mitte. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Spiel. Bis dahin. Tschüss! Tschüss!